Hey Jay! Willst du noch einen Hut von dem guten Stoff? Oh ja! Und diese neue Ladung ist definitiv richtig guter Stoff. Wie heißt sie? Hot Rocks? Ja. Du wirst nicht mal merken, wie es dir ein Loch in den Sack brennt. Mein was? Oh, scheiße! Also, ich merke nicht all zu viel davon. Na ja, wahrscheinlich gewöhnst du dich langsam daran. Schon gut. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr von der geheimen Zutat. Ich wette jetzt mal. Oh mein Gott. Das war's für heute. Oh ja, die Läden sind keine Bernden in mir. Oh ja, die Läden sind keine Bernden. Oh ja, die Läden sind keine Bernden. Ja, die Läden sind keine Bernden. Oh, unser Freund, Onamshua, Onamshua, er kommt von weit her und sucht zum Anruf. Oh, nicht schon wieder. Oh ja, die Läden sind keine Bernden. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Glaubst du, du hast das Zeug dazu in der Arena vor? Da haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du... Amita, hast du etwas für mich? Oh ja. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der Kingsbridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pagan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton. Vergisst C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich hab einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. AJ, bist du auf dem Weg zur Brücke? Ja. Aber zuerst will ich ein Konvoi abfangen. Vergiss das, Bruder. Da ist ein Truck, der nur darauf wartet, dass du ihn den Soldaten stiehlst. Ich schick dir die Koordinaten. Die Brücke ist ein wichtiges Ziel für den goldenen Pfad. Also lass Amita nicht den Ruhm einheinzeln. Wir machen das für deinen Vater und alle Söhne und Töchter von Kyra. Vergiss das nicht! Ihr hört Freis, Kyra, und wisst ihr was? Ravi Waywama fühlt sich gut! Veränderungen liegen in der Luft, Leute. Veränderungen! Ich rede von so einer heftigen Barack-Obama-Veränderung. Und wisst ihr, wie die riecht? Oh, riecht mal. Oh yeah, das riecht wie... ... ein Speck! Ich glaube, da riecht gerade jemand Speck. Hey, Schothu! Was machst du? Bist am Pochen? Brennst du uns zu den Unter- oder bist am Pochen? Was machst du? Speckfahrt! Okay, Leute, ich muss das machen, denn der Wandel ist unaufhaltsam. Es ist Speckzeit! Weibuner, verrunden, was machst du? Weibuner, verrunden, was die Hübschweine? Weibuner, verrunden! Weibuner! Eh, es kommt wirklich! Weibuner, verrunden! Wir gehen durch. Wir gehen durch. Weibuner, verrunden! Zerba, ich habe den Truck. Ich fahre jetzt zum Tor. Viel Glück, Bruder. Sollen Sie daran ersticken? Ich schweb jetzt, aber wir brauchen einen Kampf unter dem Sprech. 4. Sprech. 5. Sprech. 6. Sprech. 7. Sprech. 6. Sprech. 5. Sprech. 5. Sprech. 10. Sprech. 11. Sprech. Die Schieffel sind in der Abenteuerung. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.